Ein ganzes Haus, Scheune leer machen ist auch einiges an Arbeit. Ja, ich muss ja die ganze Scheune und das ganze nicht leer machen. Ich habe heute auch gar nicht so viel körperlich gemacht. Das ist eher hier oben, was mich heute anstrengt hat. Da gibt es 10 Stunden Schichten. Das ist mit Sicherheit anstrengend, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist lange her, dass ich 10 Stunden Schichten geschoben habe. Ich bin ganz froh, dass die Zeit hinter mir steht. Okay, der mir liegt, weil ich... Welches Haustier würdest du dir gerne mal holen? Ein, das geht dir nix an. Ist eine sehr seltene Garton, das... Was willst denn du von mir? Und ein, ich möchte nicht in meinen Kram ein, ist die Mutter. Leute, ganz ehrlich, wie oft soll ich euch das mit Haustieren eigentlich noch erklären? Ich habe euch diese Fragen schon 10 Mal beantwortet. Fällt euch denn nichts Neues ein? Sehr freundlich. Oh, du, ich hätte durchaus freundlicher sein können, wie zum Beispiel halt zum Haus geht ich nichts an. Sorry, aber ich habe diese Fragen schon bestimmt eine Milliarde Mal beantwortet, was das Thema Haustiere angeht. Ich weiß halt nicht, warum ich es immer wieder erklären muss. Ich weiß nicht, warum ich das mit dem Blumenck ge хочет, wenn ich das mit Haustiere gebe weiß, wie zum 1. Und der Blumenck μ